die tier cool aus ich würde mich am liebern umschauen aber warte okay das portal ist noch viel viel tiefer wie cool das hier aussieht überall glitzert ja cool okay wir gehen aber trotzdem weiter rein weil ich sehe wir gehen hier ziemlich ziemlich steil ich das wiederum aha hier haben wir astronom genau so heißt das heißt meiner meinung nach dürften wir nicht mehr so weit weg sein vom kern weil das findet man ausschließlich nur am kern ich habe keinen platz dass ich da jetzt alles mitnehmen die dinge verwirren mich so okay so 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 wie tief geht es denn dann noch so 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 machtat weg ich muss höchst wahrscheinlich da noch tiefer rein Ja, ist halt jetzt doof. Mit den explodierenden Dingen da. Hey, bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich gehe das voll vorsichtig an. Genau, boah, deshalb. Oh. Ich bin drin. Lauf, mein Freund, wir sind endlich drin. Boah, ich glaube, ich bin jetzt 20 Minuten unterwegs gewesen. Oh. So, warte mal, da oben. Puh, mir ist direkt jetzt warm geworden. So. So, geometrisches. Ja, ist es. So. Puh. Okay, unterkehren ist aktiviert. Kalidor ist aktiv. Wüstenanzug. Ich habe es nicht fertig lesen können. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, bis nach Hause laufen. Hm? Weil. Oh shit, oh shit. Kann ich sterben. Oh shit. Oh shit. Bitte lass es mir... Bitte lass es mich schaffen. Sonst sterbe ich. Oh, wer atmet schon mal schwer. Nee, 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 nee. Okay. Erst einmal sticken. Ja, es tut mir so leid. Okay. Es ist Gott sei Dank nicht weit von uns zu Hause entfernt. Ich komme ja zu Hause raus. Ja. Verlassen. Natürlich habe ich jetzt keinen Rover. Aber warte. Ach, verdammt. So, äh, Verbindungen. Verbindungen. Kompass. Sie ist der E-Bahn nicht mehr weit von zu Hause weg. Nee. Ach, komm schon. So, aber Hauptsache, der Kian ist aktiv. Ach, Menuh. Sag mal. So. Okay, er war leer. Sehr gut. Huch. Huch. Gut. Dann, was haben wir denn da eigentlich? Nix. Jetzt holen wir mal unser Terrarium ab. Fülle es mit Erde. Starte das Terrarium mit Erde aus. mit Kupfer, 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 äh. Ähm. Das ist Aluminium. Da brauche ich nicht Laterit, sondern Malachit. Und dann brauchen wir eine, was war das für eine? Keuch, Keuchkrautsamen. Was ist denn das? Ist das so was? Nee, das ist ein Stachel-Ding. Stachel-Lilie. Ah, warte mal. Ich kann ja nachschauen, was das genau ist. Und zwar Ressourcen. Blödsinn. Gefahren. Äh. Keuchkraut. Macht sich bei Annäherung groß und schlägt Bedrohungen zurück. 100 Kali, Durr und Atrux. Keuchkraut. Okay, das sind solche Dinger. Äh. Ähm. Die hatten wir. In. Der Höhle. Pass auf. Ich kann mich sonst an jetzt keine so schnell erinnern. Okay, ich laufe jetzt einfach mal. Wir müssen eh den Rover noch holen. Gehen wir zum Rover. Ja, ja. Und dann holen wir so eine. Ich hoffe, der ist jetzt noch da. Ach, blödsinn. Der Rover steht ja eh zu Hause. Ach, Leute. Was soll ich sagen, ne? So, warte da. Schön vorsichtig runter. Hier haben wir's. Ne, oder? Das sind sie auch nicht. Aber ich könnte sie mal runter. Sicher ist das die. Nee. Nee. Nee, das ist eine andere Dolchwurzelsame. Oh. Alter, das sieht so cool aus. Irgendwo hatten wir ja so eine Dolchwurzelsame. Das sind sie nicht. Dolchwurzel. Waren wir dann noch weiter drinnen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen denen beiden? Warte mal, Ressourcen. Mhm. Die ist eher okay. Irgendwo weiß ich, hatten wir eine. Nur wo? Oh. War das ziemlich tief drinnen? Alter, das sieht so cool aus. Ich muss da hin. Alter, da könnte ich ja gleich einen mit drauf nehmen. Alter, was? Ein Artefakt. Da macht ja coole Geräusche noch dazu. Verdammt. Ich befürchte, dass ich da noch weiter rein muss, wenn's nicht sogar schon. Okay, aber bitte langsam, langsam. Hör bitte das Leiden auf, Junge. Ah. Und, dass ich da noch nicht zusammenkomme, sonst. Warte mal, vielleicht zu tief unten. Hm. Hm. Äh, das gibt's ja nicht. Das sind lauter nicht die Richtigen. Scheiß, ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich habe es geimpft. Ich hatte irgendwo eine gesehen. Weißt du was, ich schaue mich hier jetzt um, weil ich finde, das sieht so cool aus. Was ist das da hinten? Oh. Das ist aber auch wieder das falsche. Oh, da ist irgendwas. Gescheitertes Experiment. Okay, das ist wieder das, wo... Ich bin verwirrt. Soll ich noch weiter reinschauen? Da ist schon das Ammonium. Ach, das Ammonium. Nein. ok da unten ist mal was anderes astronium so heißt aber ich bin halt unsicher wo ich das gesehen habe naja hier nicht mehr das gibt es ja nicht und ich weiß nicht sind die nur in höhlen oder sind die überall weil dann werde ich auf jeden fall ich laufe wieder ohne euch nach oben beziehungsweise wow wow ich gehe da durchs portal ja dann gehst du nicht den richtigen weg ich gehe da durchs portal und oben sehen wir uns dann wieder und dann und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020